Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Unter Menschen zu sein fällt Depeche-Modemusiker Morten Gore, 61, seit der Corona-Pandemie schwerer. Ich denke, dass die Pandemie mich definitiv verändert hat, wie viele andere Menschen auch. Man war so daran gewöhnt, zu Hause zu sein und nirgendwo hinzugehen. Es ist ein bisschen wie ein Kampf, wieder in die Welt hinaus zu gehen und sich wieder Menschen zu stellen, sagte er der Deutschen Presseagentur in Berlin. Sänger Dave Gahan und er kündigten dort das neue Depeche-Mode-Album Memento Mori und eine Tournee für nächstes Jahr an. Es war der erste öffentliche Auftritt nach dem Tod von Bandmitgründer Andrew Fletcher. Dieser war im Mai überraschend im Alter von 60 Jahren gestorben. Nach Fletchers Tod und... Hey guys, this is Gansham, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.